So, wie viele Wölf hier steigen, guck doch mal wie viele Wölf das sind Wünsche erhelfen ist, das müsste das Feuer da drüben sein Oh, war da, kurz warten Wenn ich mich zu weit weg bin von dem, dann war da Steine Die Dina sah aus wie die andere alte, wahrscheinlich mal dieselbe, ja ich bin doch davon Oho, sehe ich auch so, jetzt gehen wir mal zu der Quarkstelle, ja guck mal, einfach nur 40 Meter Schritte, was auch immer Da müssen alle dabei sind Die Quarkstelle Okay Ja, da können sie mir nicht folgen, aber klar Pretty nice Gucken wir mal, was die wir so in der Höhle hier finden Gucken wir mal, was die wir so in der Höhle hier finden Das ist so eine Kiste, würde ich schon sagen, so eine eingeweilende Ding So will ich denn drüber springen Das war uns, dass sie so irgendwie Krokodile oder was sonst sind Das weißt du ja hier nie, die könnten ja mal überall sein Dann sehen wir solche Lichter Äh, ja so Position für Lichter. Wieder oben ist eine Höhlenmalerei. Wo brennt das jetzt nieder? Ja, tut es dann so. Das klappt bei der anderen Höhle nicht. Komischerweise. Und hier? Hier ist die Keule als einer. Das wär cool, aber jetzt nicht, warte mal. So. Und hier ist die Keule. Jetzt mal da, wo man anfangen war. Komm schon an. Der hat nämlich auch lang gehen können. Das geht tatsächlich, aber wieso geht das bei der einen Höhle nicht? Da kommen wir nicht rein. Ja, ja. Hä? Achso, hier war der Ausgang, okay. Ich kann mich erinnern. Hätte man hier auch einfach wegbrennen können oder was? Nee. Geht vielleicht nur von der einen Seite. Oh, ist ja dumm. Der Typ, oder? Der geht mir so hart auf den Sack manchmal. Er sollte nicht da rein springen, sondern sollte auf die andere Seite springen. Aber wenn du leertest, wie drückt er jetzt, dann checkt er das nicht ganz so. Aber ist egal. Wartein Typ, ey, wartein Typ. Oh. Okay, also so, pass auf. 21, 22. Ach. Das Spiel mobbt mich toll. Wenn ich einfach hier hinter schwimmen und dann hier so, weiß ich nicht. Wollen wir was cooles machen. Hä? Das geht tatsächlich. Okay. Ich habe nichts gesagt. Okay, wir haben alle da einmal schon mal angeguckt. Nur noch die komische Hand finden. Immer Mutter, aber da haben wir auch direkt gekriegt. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich hier lang. Keine Komponisten? Nein, okay. Alter, ich habe extra, ich habe die falsche Scheiß, das hier drückt. Ich wollte extra mich schnell gleich hochziehen, damit ich da nicht rein stürze. Was macht er natürlich? Oh. Ach. Aber Premium, wie wir das machen. Okay, die muss da oben irgendwo liegen Ich will mal irgendwann sehen, wie jemand über sowas hochklettert Das will ich mal, irgendwann will ich das sehen Und damit noch mal die Dasha Hand Können wir jetzt da rüber springen? Jawohl Gewachströhle vollständig Guck mal wo wir rauskommen, was für einen geilen Blick wir hier haben Oh Krass Das Wasser ist glaube ich nicht besonders tief gewesen, ne? Jetzt mal vorher runter springen und auf die Schnauze legen Okay, jetzt müssen wir uns zu dem ausposten Das ist ein bisschen Irgendwie Und jetzt malour На Ich kann nie Ich kann nicht Diese scheiß Nase und Ei Die muss man irgendwie zu so einer Base irgendwie locken, dass die da voll aggro geht Kennt ihr das denn, Freunde? Tja Wie viel Grünblatt haben wir denn? Halt Das ist nicht viel Mein Zuni wiederholt sich echt Immer wieder Da trommeln sie schon mal da rum Wenn wir eine erhöhte Position suchen Dann werden wir vielleicht diesmal nicht direkt entdeckt werden Okay Jetzt sind natürlich fucking viele Guck mal Die haben da Löwen einen gesperrt Da ist Das ist natürlich ziemlich nah Und viele sind Ich glaube Ich glaube der wird es nicht lange machen Gehen die Okay 20 Sekunden 20 Sekunden Dann Wenn wir nur noch mal Die Die der ein bisschen aufschrecken und ein bisschen verteilen. Da ist nämlich noch ein Löwe drin. Da macht er aber auch nicht viel mehr glaube ich. Geht ja mal den Krallen nahe. Da ist noch einer da. Krass wir die aufmischen ey Den da, den müssen wir irgendwie Die sind so schlimm Wir müssen so ein bisschen zurückziehen mein Freund Und die nicht her Wir haben es doch nicht entdeckt Die wissen ja nicht, dass wir da sind Dieser eine Typ, der ist echt uncool Vielen Dank ah ist ja richtig schleicht alles klar so die eine bombe die hat uns zumindest gegen diesen einen fetten da geholfen hier sind die panzerten aber ich hab das wie viel da sind noch mehr da sind zwar zwei die wir jetzt noch sehen kämpfen die mit irgendwas oder was machen die ach da ist ein löwe guck mal da ist noch einer der steht da auf dem dach rum das war der natürlich gerade schon tot war es nicht so schlimm kann sie dir nicht ja und geht und zack das war's jawohl kein alarm boah 1750 ist wird immer mehr ey nice 2925 ist schon das ist schon eine nummer das ist herz allerliebst können hier ja nicht mal wieder was was dem belohnungslager holen das mich ja auch ewig nicht benutzt weil wir ja nicht mal alles dabei haben jetzt hätte ich zum beispiel auch grünblatt rausholen können ich könnte auch nur 16 grünblatt nehmen das ist echt nicht viel also ihr wisst ja selber wieviel wir davon brauchen deswegen guck mal hier nochmal hier alles seltenes streifenwollfe seltenes schwarzes lymphe hüllenlymphe ist voll tapio ist voll jaguar seltener rotelch seltener schwarzener jaguar das klingt immer cool beißfisch ach krassi jetzt können wir das craften hier guck mal 3 8 feilen und 4 stachelbomben seltenes ja waffe geil das ist ja cool fähigkeit normal ist schon mal 4 ja wieso nicht stelle 4 feilen geht für alle spielderarten bleibt gleich ja ok ölmerkümsreichweite 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 ja komm doch das mal da und dann mach ich das gleich mal noch hier so zack mamabate ey die haben schon 30 bonus auf xp ey auch weil wir so ein geiler stricher sind oder so ähnlich keine ahnung karte ok jetzt können wir hier wincher helfen suchen und retten das können wir als nächstes mal noch machen in the next follow so 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 so